Liebe Eco-Beschwerdestelle, herzlichen Glückwunsch zu eurem 25-jährigen Jubiläum. Wir freuen uns, dass wir seit vielen Jahren euer Partner sein dürfen und gemeinschaftlich mit euch für das Gute im Netz kämpfen können. Gemeinsam für das Gute im Netz, das ist auch der Name eurer neuen Kampagne, die wir sehr gerne unterstützen. Denn auch wir glauben, nur gemeinschaftlich können wir das Internet zu einem guten Ort machen, an dem Menschen sich sicher fühlen und frei ausdrücken können. Unsere Rolle, die sehen wir insbesondere in der Fort- und Weiterentwicklung unserer Sicherheitsfeatures und der Zurverfügung stellen eines sicheren und geschützten Raumes zum Austausch unserer Community. Hierzu sind wir auch immer auf das Feedback von Expertinnen wie von euch von der Eco-Beschwerdestelle angewiesen. Aber nicht nur von euch, auch von unserer Community und von vielen weiteren Expertinnen und Experten weltweit. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, das Internet zu einem sicheren Ort zu machen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch, liebe Eco-Beschwerdestelle.